Schultedesign produziert Möbel. Die Firma Schultedesign ist ansässig in Deutschland am Niederrhein in der Stadt Krefeld. Das liegt in der Nähe von Düsseldorf und wir produzieren Tische, Sessel und Stühle. Wir haben jetzt einen Tisch Solid. Solid ist ein englischer Begriff und heißt massiv. Das ist auch der Tisch. Es wird aus massiven Holz gearbeitet und hat in diesem Falle ein Untergestell aus Rohstahl. Jetzt hier in Köln stellen wir ihn vor mit einer Baumkante. Das Ganze gibt dann eine sehr natürliche Ausstrahlung. Hinzu kommt noch eine sehr interessante Tischerweiterung. Jeder Mensch oder Familie bekommt Besuch, möchte seinen Tisch vergrößern und hat ein Problem damit. Wir zeigen hier eine Tischerweiterung, eine Platte, die vor Kopf gesetzt wird, die aus massiven Holz besteht, also recht schwer ist, die aber durch eine sehr einfache Technik unter die Tischplatte geschoben werden kann. Pavus ist ein Esstisch, in der Regel aus Massivholz mit vielen unterschiedlichen Funktionen. Man kann einen Teil der Tischplatte nach oben verstellen, stufenlos und kann dann in einer verschiedenen, in einer etwas höheren Ebene frühstücken, mit Freunden ein Aperitif nehmen oder im Büro einen Beamer draufstellen oder ihn nett dekorieren etc. Der Tisch hat also in der Höhe unterschiedliche Funktionen und nicht in der Länge. Das macht ihn sehr praktisch für das Wohnen mit Freunden, das lockere Leben, das Wohnen im Loft etc. Ja, Matchbox ist kein Feuerzeug. Matchbox ist ein Couchtisch und das Besondere ist, dass der Couchtisch in der Mitte auseinander schiebbar ist, der läuft synchron. Das heißt, ich kann an einer Seite ziehen und die andere Seite geht mit auf. Und darunter verbirgt sich dann ein Geheimnis, das heißt, der Benutzer kann seine Sachen dort aufbewahren, ohne dass sie stören oder gesehen werden. Camp ist ein Besucherstuhl, ein klassischer Besucherstuhl, der auseinandergefaltet und geklappt werden kann. Er hat zwei Griffe und er ist gedacht für den Besucher, der schnell mal kommt und einen Sitz braucht und der nicht auf einem einfachen Brett sitzen möchte, sondern auch bequem und komfortabel. Das ist Camp. Die Naut Edition ist ein Einzelsessel in Leder, der für bequemes Sitzen nach Feierabend, vor dem Fernsehen, zum Lesen zuständig ist. Dieser Sessel wurde von mir 1988 entworfen, war dann 25 Jahre in der Desee der Kollektion und ist seit diesem Jahr ein Teil der Schulte Design Kollektion. Dieser Sessel ist hochgradig bequem und ist drehbar. Und den gibt es in verschiedenen Ausführungen, in Leder und auch in Stoff. Untertitelung des ZDF für funk, 2017